Es geht um einen Song, wo ich mich mal gefragt habe, ob Liebe immer nur das ist, was man empfindet oder Liebe nicht eher das ist, was man tut. Und ihr werdet gleich Zeuge davon, wenn ich einen Song schreibe, wenn es heißt, wenn man für den anderen da ist, wenn es wirklich darauf ankommt. Und ihr werdet konfrontiert mit ekligen Situationen und wenn ihr das nicht abkönnt, dann könnt ihr jetzt rausgehen. Es geht um Kotzebrocken im Haar, es geht um Sabberfäden, es geht darum, da zu sein. Der Song heißt Rettung und das geht so. Wir verließen den Laden und jetzt noch 800 Meter. Ich fühlte mich erhaben wie ein Rettungssanitäter. Du konntest nicht mehr gehen, das heißt Huckepack nehmen. Du sagtest, lass mich zurück, du kannst es schaffen ohne mich. Ich sagte, nein, ein Marine lässt niemanden im Stich. Wir haben es gleich geschafft und ich ging langsam durch die Nacht. Als die Sabberfäden zagen mein Ohr streiften, als wir mit allerletzter Kraft unser vorgereichten. Als du's grad noch ins Bad schafftest, aber nicht zum Klo und dann irgendwas in den Haaren hattest. Und ich wusste, wieso es ist nicht das, was man empfindet. Nicht nur das, was man fühlt, nicht was man voller Sehnsucht sucht. Liebe ist das, was man tut. Wir zahlten den Abend mit unserer härtesten Währung Für alles einen Grund, aber für nichts eine Erklärung Und jetzt liegst du da und ich pul' Essen aus deinem Haut Du sagtest, komm, trägt das aus, es wird das Schlimmste verhindern Das unheil Morgen für mich vielleicht beim Teins bisschen lindern Ich wischte alles weg, ich stellte Schüsse neben uns weg Und du sagtest, ich möchte nicht, dass du mich so süß Ich will hier leise sterben und ich möchte, dass du gehst Alle Fenster auf Kipp und ich dachte, na gut Nicht, was man empfiehlt, es ist das, was man tut Ohne im Türrahmen, ein letzter Blick Auf dich und auf das Bild des Elends Auf dem Küchentisch stand eine Zeile Guten Morgen, Liebe meines Lebens Applaus Applaus